Und dann haben wir Dorothea Wierer, vierte war sie hier in der Qualifikation. Gleich am Abend soll es wieder weggehen. Und Dorothea Wierer ist immer eine Beobachtung wert. Es gibt ja kaum jemanden, der technisch so schnell schießen kann, wie Dorothea Wierer, wenn sie den Lauf hat. So wie jetzt? Ja! Jetzt hat sie es mal durchgezogen. Bisher hat sie immer mal einen Nachlader oder zwei gebraucht, aber jetzt hat sie es durchgezogen in der sehr entscheidenden Rennphase, wie ich finde. Wierer wird schon gefeiert von den Zuschauern und ist auf der Ziellinie. Die Gratulation an Dorothea Wierer, klasse Vorstellung bei diesem City-Spektakel hier in Wiesbaden. Das ist mal das Bild der Siegerin. Tolle Vorstellung, Dorothea Wierer bei diesem City-Biathlon. Und dann die gesamte Übersicht der neun Starterinnen. Also Wierer vor Julia Simon und Marketa Davidova. Das sind die ersten drei in diesem... Ich bin hier in Wiesbaden. ach